Im Stechschritt dem Ende entgegen. Ost-Berlin unter den Linden, 40 Jahre nach dem Sieg des Sozialismus auf deutschem Boden. Während die Führungsklicke zu den Klängen von Beethovens Opferlied dem 40. Staatsgeburtstag entgegenschreitet, befindet sich das Musterland des Ostblocks bereits im Auflösungsprozess. Mit dieser Gedenkfeier zur Ehrung der Kämpfer gegen Krieg und Faschismus beginnen am 5. Oktober 1989 die offiziellen Feierlichkeiten.